Ja, schön. Gut, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf einer Adventure Map mit zwei Mitspielern namens Rayman1998 und Luckyjack in Infos 1998. Oh, ich bin 1999 gebaut, aber das tut jetzt irgendwie nichts, begebers zur Sache. Ja, hallo auch hier von der Sache. Hallo, hallo, hallo. Grüße an alle 1999-Fusion-Zuschauer. Ich grüße natürlich auch meine eigenen Zuschauer hier bei einer neuen Adventure Map, deren Download-Link in der Beschreibung ist. Die heißt Map irgendwie Lava Race oder sowas. Okay, warte, ich gehe auf Plattform, ich würde sagen, wir gehen auf Plattform 1, 2 und 3, ich gehe auf 1. Ich gehe auf 1, 2. Okay, irgendwie geht es darum, dass wir uns zur Surface bauen und dann da alle Metzeln. Okay, dann bin ich alle in 3. Ja, was sollen wir jetzt machen? Die uns hochbauen. Das ist billig. Für dich. Ich schlafe erstmal. Funktioniert nicht. Wie funktioniert nicht. Mein Knochen mir geht nicht irgendwie. Ja, 1,5, hallo, Raffi. Ja, es dauert aber ewig. Bei mir dauert es ehrlich gesagt auch ewig. Ich habe jetzt schon einen halben Stack verbraucht. Uh, ich war noch Gelbmotscheiße. Egal. Hä? Alter, ich bin immer... Raffi, funktioniert das Ding bei dir? So, jetzt. Ich bin so dumm. Ey, ich habe mir da mehr Schaden zugefügt, als ich gekriegt habe. Ich habe nämlich einen halben Baum zerstört, von dem ich denke, dass ich die Blätter brauche. Fakt war deswegen der Adventure-Mod, dass ich das Ding nicht aktivieren konnte. Joga, was genau? Ne, ey, das war wegen dem Adventure-Mod bin ich halt nur, ey. So, machen wir uns hier so ein Ding. So, das Bettel... So, ich habe gleich einen großen Baum gekriegt, Jungs. Ah, toll. Äh, fuck. Soll man da oben an die Kiste ran oder was? Ne, man soll dann oben und warten, bis alle anderen auch hochkommen und muss dann alle killen. Das ist, glaube ich, das in der Map. Äh, ich bin fasziniert. Ob das jetzt Sinn macht, ist die Frage, aber... Das ist der... Mein scheiß Knochen mir funktioniert aber nicht. Du musst... Rücken schon los. Echt? Also, sobald ich so weit weggegangen bin, hat es funktioniert. Ja, ja, ich tue daraus, mon Ende und die Rüntechen kommen auch, aber er wächst nicht. Wie gesagt, ich war es denn schon, da ging es nicht, aber so ging es schon. Aber ich will ja nicht zu nahe treten, Entschuldigung. So, und jetzt wächst, so verdammt noch mal. Komm, schreckt! Oh, ich hab mit Jess gefunden. Ja, alter, richtig fetter Baum. Der ist richtig fett. Den ich da gefunden habe, richtig, ey ey. Richtig hart. Alter, das hart ist einfach so, ey. Es war Arsch, wie er wieder. Hey, Benni, du sagst gar nichts. Ist der, ist der Benni weg? Nein, ich bin nicht, ich bin noch da, aber ich hatte gerade einen Anfall. Asthma-Ansfall. Ja. Benni hat Asthma, bitte. Ben Asthma. Was denn da, Hahn? Ich hab blungen in Krebs. Echt? Nein. Es tut mir so leid. Ich wollte dich nicht verarschen, eigentlich. Jetzt hab ich mich doch dafür entschieden. Lol, der Baum brennt bei mir. An, warum brennt? Denge scheiß nah, weil der ist so unglaublich groß, ne? Alter, fett, der brennt. Der brennt, der wirklich scheiße. Bei mir leckst du. Hör drauf, ich stirb. Ich hab Readme 2 bei Hunke oder so. Readme 2 bei Hunke, Alter. Was geht? So you have made it past the bottom tier fans using some of the blocks you have gathered to build a bridge to another player's area and see what they are up to. The choice is up to you, be careful, you could fall into lava. Toll. Ja, Raffi, so geht die Map. Hast du verstanden? So, ich soll ich... Was ist los? Was? Oder was? Ich soll jetzt... Du leckst übel bei mir. Also deine Stimme. Ja. Schau, Raffi, du hast schon einen schlechten Computer. Ganz ehrlich, ne? Wenn die auch nicht mal draufkommen und meins war aber scheiße, ne? es war nicht mehr in der entweder entweder nicht drauf kommen oder weggen Prozent weiß jetzt nicht was besser ist zum Beispiel die ganze Bullshit hier muss jeden so ich nehme jetzt noch ein bisschen Zeug dann baue ich mich nach oben und snack mit dem Raffi würde ich sagen echt wenn ich Spaß haben ich liebe es wenn ich Spaß habe ach Gottchen ey mein Computer ist gerade verbrannt oh shit was denn na nix ich glaube du bist gerade gestorben ja auf jeden Fall siehst du die Meldung ich bin hart gestorben ich dachte Comment Block Output ist aus ja der Comment Block vor die Meldung macht es allein der Comment Block nicht anders habe ich ihm erst behaupten das wirst du jetzt von mir was willst du ja ich muss jetzt den Raffi nehmen ey ich muss ihn mir jetzt einfach snacken ja 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 oh ja ganz ehrlich wozu braucht man diese fucking Bücher ey ja und was soll dies ich bin ja schon oben biet die 2 aha wir haben keinen Bock nicht zu reden aber das wird ich bin jetzt hier oben ich hab ich war eine Baumhöhe unter dem ihr weißt schon faszinierend ja und was soll ich jetzt hier machen sterben versuchte mich zu tun ja ja du musst du musst jetzt sterben ganz richtig du musst jetzt um in die Lava springen damit zu gewinnen Prozent und dort sind so Comment Blocks wird er warte mal ich muss mir ich und ich musste ganz kurz noch was an die Ding er auf jeden Fall muss das und das war ein Fail Prozent in die bringt es nicht bringt es jetzt nicht wirklich etwas dass ich da jetzt erledigen wollte soll man die Map of Peace vollstellen ich glaub schon oder Hauptsache ja wieso nicht hat es etwa du willst es jetzt noch machen n ja und was was so was soll es jetzt wo er weiß denn jetzt wo ihr seid vorexempel du musst mich finden ja soll ich jetzt so viel Steine meißeln hier bis bis ich die finde oder was ist los oder was soll das ich verstehe es nicht Steine meißeln meinen halt dann meine Idee oder was was ist jetzt der Nährwert ich soll jetzt so lang durch die Chambers snacken bis ich bis ich euch finde oder was ich hab aber Angst dass mein Holz anbrett wenn ich mich mit Holz hier drüber bau Raph wieso hast du dich eigentlich noch nicht gebaut hast du etwa kleines Krims ich hab mich schon gebaut du siehst mich noch nicht wieso sehe ich dich nicht ein bisschen wesentlich auch verweist nö du bist nur weit weg von mir hä wir sind in welchen Chambers seiten ihr rein ich bin in eins glaube ich wenn ich alles täuscht hier steht kein Schild wo ich bin also wahrscheinlich haben wir voll gefällt ne ich glaube das ist schon richtig machen nur das wir sind auf ich glaube wir sind auf verschiedenen Plattformen ach doch ich sehe den Namen also ich ich sehe den Fusion aber nur den Namen oder ne ich sehe dich sag mal kann man sich Pfeile machen nö und wird ich bin eher um den Bogen interessiert der toll Bogen ist billig aber Pfeile Bogen ist billig ey laulich lecker scheiß Lager ey wie so ist Bogen billig das ist richtig hab ich irgendwas übersehen ja wo kriegst du den her weiß ich hab ich irgendwas übersehen oder was nö glaub ich nicht die Hörner naja meine Freunde ich glaube Rafa hat seine Freunde gesehen gibt daran liegen dass er keine Art tschuldigung leider ohne Witz sieht man doch wohl hallo ohne Witz Benni hast du schon Pogen oder wenig wenigstens Strings nein alter sei der Inkopitec ey ah das Blatt wendet sich zum besseren ich hab 16 Steine und ein Pumpkin Pie gefunden alter ich lecke übel wenn ich von der Lava wegschau da wieder hin ich hab dich das Schwert rausgeholt lord du hast ein Eisenschwert ja wo hast du das denn her ja grab dich doch mal unter deine Startplattform alter ehrlich ich hab dich drauf aufgepasst dass der Raffi rüberkommt nein ach komm unter die Startplattform gibt's da Sachen ja klar gibt's da Sachen da gibt's Chests da gibt's Eisen ach so ja scheiße ach komm ey was war denn das jetzt für eine Aktion wieso hab ich denn nicht mein Schwert rausgeholt kam das regt mich auf das regt mich ja okay dann dann geh ich jetzt mal in eine andere Startplattform und hau mich da mal runter ich hoffe nur dass ich dabei nicht sterbe so wo bist denn du wo seid ihr Schweine ey ach wie ich den Raffi wegsacken hätte können scheiße scheiße aber wieso machst du das nicht in deinem eigenen hä das verstehe ich jetzt wieder nicht weil ich mein eigenes nicht mehr finde vielleicht mein Gott hätte es mir noch sagen können und wie komme ich jetzt da hin PX bist du bist du in Competech oder was so dass du gleich mal Gold jetzt geht er weg Raffi hier ist das Eisen drunter wo's denn hier eigentlich die habe ich noch gar nicht gesehen freude dich doch jetzt gilt euch mal das muss schnell gehen das ist wo der Raffi ist lol also du bist ja oben wenn du bist du im Arsch Alter ich hasse es mit Lava Mann ich hasse es einfach Lava ist so ein übelder Frameskiller bei mir ach komm schon jetzt wachs halt gibt's ja nicht äh irgendwie leckig egal also ich hoffe ihr hattet Spaß bei mir und ansonsten schauen wir jetzt noch was der inkompetente Benni hier abziehen wir hatten hier so ein fettes Wutton Planks Ding in seine Base reingebaut war das ich nein das war nicht ich dann war das ich wo ist ich tippe mich jetzt ich hab's keinen Bock mehr den zu suchen ganz ehrlich ne ich haut mir da alles doll wenn die Bisschen Tieter wenn die Bisschen Tieter Tieter Rüstung gekriegt Entschuldigung hier liegen zufällig Chests rum komm halt mal mit hier hä wie wie bist du überhaupt dahin wo du hin bist also wo du jetzt hier bist werde ich jetzt das werde jetzt vorab ich sagen oder ja mein Gott ich weiß nicht wo du bist ja sag mal Benni jetzt sag mal nur mal das will ich nämlich auch wissen fürs nächste Mal weil wir das nochmal zocken wahrscheinlich hier nicht aber sag mal warum ja weil ich's wissen will hör mal hör mal lass mich in Ruhe ja die zwei Sporenecks von den Hühnern die hab ich auch Wahnsinn nein 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 gib mir meinen Stein zurück brauch ich nicht hier drunter ist Lava hat das was zu bedeuten ja ja jetzt sag mal bitte also du kannst du obsidian machen ja ich will wissen wie du da hingekommen bist ich hätte es auch ich werde auch gerne gewesen wohl hier oben kannst du hallo hallo Benni ist bei der ist irgendwie relativ hoch hä ich 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 check's nicht Benni wie wie kamst du denn hier hin bist du hier gespawnt oder was nein ja wie bist du denn dann hier hin hallo jetzt antworte mal alter Basti spamm nicht mehr scheiße er soll mich nicht zuspammen verdammte scheiße wenn ich dir jetzt sag wie ich da gekommen bin dann kommt darauf hier auch hin er kommt da halt hin du hast du schon alles gespeckt ein gebetensterer er ist schon du kannst du von LL1 leicht gehen jetzt hat man bitte genau machen wir das herrn und ich kann jetzt nicht kaputt m hallo antworten antworten jetzt jetzt okay ähm ich hab mich einfach nach oben gekommen ja und wie da ist doch da ist doch bedruckte wurde nicht her und wo kann es dann raus hier oder was das sind doch wo der Boden ist aber hier ist kein doch zum hochsteigen er ist auch kein loch zum hochsteigen musste ich doch 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 durch den dreck graben ja ich meine nur müsste nicht als gelassen haben oder das ist alles wieder zugemacht lol du bist hier überall hoch ja auch du musst halt ganz nach oben gehen das ist ja als wir jetzt ach komm es war doch kein bock ehrlich gesagt das macht er mit 16 spielern wenn alle chambers voll sind bock aber so macht es doch kein mein gott jetzt heuer drum ja dann killt euch doch jetzt endlich mal wo bist du eigentlich du raffi bist du in so einer box hier drin ja boah ich hasse laber ich sag euch ich sag euch wie es ist ich hasse laber einfach tschüss nein ich komm schon wieder drauf ich will nur schon ob die lecks dann weg sind besser na es lässt sich die jenen er sagt aber nichts wie sagt nichts das alles mitgelebt ist sagt nichts heißt sagt nichts und gewinnere Sticks wieder die Sticks doch keine Sticks aufgehoben Leute und sind auch noch in der Zeit Redstones du bist eine Falle bauen ehrlich das gegen die keine Chance mehr hallo das gilt man kann es ja probieren mann ich wollte mein mein plan war eigentlich dass ich raffi erst mal wechseln ich denke weil der anscheinend gar keine Ahnung hatte aber wenn ich auch nicht wenn er sich eigentlich nie erwischt ist bis bis ihr mir helft hatte ich nie eine Ahnung bis ihr mir geholfen habt halt habe ich glaube ich habe ich damit gelogen dass du nicht wusstest dass da drunter was ist was mit wo was was drunter ist das ist doch gelabert weiß nicht wo hier das ist doch das ist doch ich habe heute aber ich war gestern nicht da und anscheinend hat er der Ska dass man braucht der die gezockt ist ein Video hat die die Map gezockt na ja und dadurch ist doch überhaupt es auf sie gekommen da bin ich auf die gekommen aber ich habe das Video nicht gesehen aber ich will so wissen dass sie gerade beide Namen aber ich will so wissen dass sie gerade beide Namen was was du das hier ja ich ich sage ich sage dazu jetzt gar nichts mehr zum Spielverlauf ich kann los ich kann nur Falsches sagen was einfach alle Lover weg ja Deutschland ja ich merk's ja ich hab gewonnen wenn du eine komplette Tierrüstung hast wundert es mich nicht nur inklusive verzaubertes Tierschwert ja alter das ist absolut das ist so krank ey ok des banks gemacht ik해 die Note 3 minus ich geb nineste ganz ehrlich ich gebe die Note 1 cutay da hat eine komplette Tierrüstung hat wenn also naja ja also komm wenn einer mal nicht komplett inkompetent war dann tschüss Tschüss meine Freunde Ist schon